Alter! Ach, der lebt noch. Die Spinnen haben Schuhe mitgehabt, was soll uns das jetzt sagen? Dass, äh, laufe Spinnen sind. Wir sind denn hier ein bisschen über, habe ich das Gefühl. Bin ich erst mal aufgestiegen. Wo geht's denn da hinten hin? Ach, nirgends. Na, komm her. Ruhe, ich könnte mich um den Trepp teleportieren. Aber? Aber dafür müsste ich irgendwas anderes ablegen. Und das möchtest du nicht? Richtig. Bam, Junge. Hier geht's zur Ebene 2. Halt, falsche Taste. Äh, da müssen wir noch einen Weg erkunden. Na gut. Hallo, komm mit. Warte. Oh, ich seh grad, der lädt sich wieder auf. Äh, der Typ lädt sich wieder auf. Hier waren wir schon mal. Jetzt waren wir jetzt nur überall gewesen. Erinnert nichts daran, dass ich noch einen Gegner gefunden habe. Naja. Den einen lass ich dir. Oh, wie freundlich von dir. In meiner unendlichen Güte. Ja, du Gütevoller. Ja, so billig. Du leichst den Gütevollen. Dafür bist du gerade an dem Geld vorbeigelaufen. Nee, bei mir war da kein Geld. Ja. Doch, da war noch eine Leiche, die du nicht berührt hattest. Ah, schade. Ich hab probiert, ob ich zwei von den Leuchte-Typies holen kann, aber nur einen. Das wäre doch schöner, wenn er so eine Leuchte-Typie-Armee haben könnte. Ich denke mal, das kommt später noch. Ja, kann sein. Ja! Ja, dann du bist drin. Nein, ich komme Mama wieben. Auf wiedersehen... Feindlich vor, 不 kisses Voudiens. Ich werde erstmal den Standard Lenker миbris zu schneiden. Ich muss sagen, die kleinen Spinnen, die sind ganz schön fies. Weil die einen wegschießen können. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Da kam ein Wurm von mir rum. Und Bruch war weg. Ja. Hier ist der Ausgang. Moment. Gibt es da noch was? Ich habe nichts gefunden. Gar nichts. Ja, nichts. Ich muss einen Grund geben, dass wir hier runtergegangen sind. Äh, äh, ne? Und so. Ich bin schon raus. Ja, ich habe es gesehen. Annehmen. Biet. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Der Kleine ist cool. Vor allem sobald er den Kampf beendet hat, heilt er sich wieder. Das ist doch fummer praktisch. Ui. Ein Weg zum Gebunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht. Sobald er sich nicht langsig ausgept. Das ist schon mal nicht. Das ist schon mal nicht. Hm, wie komm ich denn da runter? Ah, okay. Was hast du denn gefunden? Ein Weg nach unten. Gibt es denn da unten was Spannendes? Ich habe eine Wache befreit. Das kann schon mal nicht schaden. Ich komme auch runter. Ja, ja. Meine Fresse, wo geht es denn da wirklich runter? Zwei von drei Wachen befreit. Let's stop. Töte unseren Kriegsfürsten. Er ist übrigens bei mir der komische Kriegsfürst. Shit. Cool, wenn du da kommst. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich kann mich nicht bewegen. Kleingeld. Belohnung Form. Schien in der Art neben Quest zu sein. Ist egal, wir haben es gemacht. Ja. Ach, da müssen wir hin. Hier gibt es wirklich noch Bereiche, in denen ich nicht war. Was bist du denn? Hier ist wieder so ein Schatz, bin ich. Ich muss ihn töten, bevor er abhauen kann. Bin dabei. Ich weiß nicht, ob ich noch zu dir schaffe. Obwohl er scherzt nicht weg ist. Gut, der ist so. Nicht genug Geisteskraft. Alter. Wir wollen es wirklich wissen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Puh. Warte, da geht es noch rein. Ach, da müssen wir rein. Aber vorher gucken wir mal noch, wo es hier so lang geht. Geht es rein in das Hütchen? Nee. Feinde? Jede Menge. hier ist wieder ein leuchteteil also muss der schädelbrecher ich habe hier gerade noch so eine rorde die ich das machen muss habe ich nebenbei auch ich brauche geisteskraft also alter bleib doch mal stehen also also jetzt kommst du wohl noch nicht hast du aber nicht wegkommen? öhh wäre nicht schlecht wenn du herkommst ja ich komme ich habe keine Zeit mit euch zu spielen so wo ist der? wo noch? auf der Brücke nicht mehr rum gleich nicht mehr nicht genug Geisteskraft nicht mehr oh ich bin Feuer ich noch nicht letzter Henker Rüstung ja gemettel 7 mit 1 Schlag ich brauche Geisteskraft oh hier ist wieder ein Gülden noch ja ich mach klar hier hat sich aufgezudelt ey was für ein Massaker hui so ich werde mich mal von dannen ziehen warte nur eine Sekunde ich will nur noch hier mir mal das ganze Zeugs hier angucken vielleicht liegt noch was rum für mich Kriegshaube ich habe mehrere oh jetzt bin ich auch langsam voll mhm da hinten sind wieder Gegner ja wollen wir erstmal zur Stadt? ja äh auf zur Stadt der unendlich weite Teleportweg auf zum atmen so jetzt müssen wir erstmal gucken ob wir davon überhaupt was anlegen könnten sollten oh was zum identifizieren ach du scheiße plus 38 Geschicklichkeit plus ich hätte hier ne äh ne zwei Hand Streitkolben willst du bestimmt nicht ne zwei Hand nicht danke hm ich hätte hier äh Rauchkugeln fürn Zauberer aber keine äh Erfahrung äh äh nö brauche ich nicht ich hätte hier ne äh den Spachelring ja liest mal vor was kann der denn äh 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 nö brauche ich nicht ich hätte hier ne äh den Spachelring lies mal vor was kann der denn äh das ist nicht die